Hallo, ich bin's Christine vom ASCO Tirol und ich mache heute einen Kult Bewegungssimpuls, wo auch unser Küppchen gefragt ist. Und zwar seht ihr jetzt drei Bilder und die schaut euch gleich mal ganz genau an. Und zwar fangen wir an mit unserem Muskelwilli, dann geht es weiter mit unserer Schülern Lena, bringt euch die Bilderbild ein und zum Schluss haben wir noch den Lehrer Ton. Und nachdem wir ja einen Bewegungssimpuls machen, bewegen wir uns jetzt gleich zu den einzelnen Bildern dazu. Bei der Schülerin Lena beginnen wir so, dass die Lena immer die Hände nach oben gibt, gestreckt. Also streckte Arme, Schultern tief, jede Bewegung macht man wirklich auch genau. Das ist die Lena. Der Lehrer Ton, der macht die Bewegung mit den Beinen. Er stammt in den Boden drei Mal. Eins, zwei, drei. Geht es wirklich die Knie nach oben? Und dann haben wir noch unseren äußeren, der Muskelwilli, der natürlich brotzt vor Kraft. Also machen wir auch die Bewegung dazu. Okay? Also an Ordnung, bitte schauen. Arme nach oben. Da schauen wir wirklich, dass wir unseren Bizeps anspannen. Okay? Okay. Also ihr müsst jetzt die Bilder durch und ihr macht immer die Bewegung dazu. Geht's los? Eins, zwei, drei. Ja, super. Perfekt. Gut. Genau. Muskelwilli macht die Bewegung. Man darf euch ruhig hören, wenn ihr den Boden stampft. Noch einmal den Arm in die Höhe. Das ist so leicht für euch. Ich habe es schon gesehen. Also machen wir es gleich ein bisschen schwieriger. Und zwar gibt es jetzt immer einen Wortlaut dazu. Zur Lena haben wir zur Bewegung immer das Super. Also, Arme nach oben und den Wortlaut Super dazu. Stellt's euch vor, da ist immer eine Sprechglase. Der Lehrer Don sagt Bravo. Okay? Und der Muskelwilli sagt zu der Bewegung stark. Okay? Also, kleine schwierigere Variante. Ich zeige euch wieder die Bilder und ihr macht die Bewegung plus den Wortlaut. Und los. Bravo. Ich gebe euch ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Okay, ich bin zu schnell. Was sagt sie? Super. Jawohl. Stark. Bravo. Ihr müsst es auch dazu sagen. Genau. Ich lasse euch noch ein bisschen Zeit mit dem Wortlaut. Stark. Super. Stark. Bravo. Super. Und letztes Tipp. Stark. Bravo. Und weil ihr so gut seid, machen wir jetzt noch die fortgeschrittenen Varianten. Und zwar kombinieren wir jetzt immer zwei Bilder. Okay? Also ihr seht jetzt immer zwei Bilder. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese zwei nebeneinander stellen, dann macht sie immer auf dem linken Bild die Bewegung und auf dem rechten Bild sagt sie den Wortlaut. Okay? Alles klar. Auf dem Bild macht ihr die Bewegung und auf der rechten Seite macht ihr den Wortlaut. In diesem Fall wäre es stark. Genau. Noch ein Beispiel, bevor es los geht. Super. Super. Und die Bewegung vom Lehrer da. Stark. Jetzt könnt ihr mitmachen. Bravo. Super. Seht ihr sehen, was ich mache? Nichts, wo es los geht. Jawohl. Mach mal nur drei Runden. Bravo. Super. Bravo. Letzte Runde. Super! Ihr seid auch super! Das sind ganz einfache Sachen, wo man ein bisschen das Gedächtnis mittrainiert und gleichzeitig mit Bewegung kombiniert. Es werden noch weitere Bewegungsimpulse von uns wollen und ein paar gibt es auch schon von uns. Schaut es mal rein und bleibt fit! Bis zum nächsten Mal! Baba!